herzlich willkommen zu einer weiteren folge neue android games vorgestellt auf unserem kanal sofort und gleich wenn ihr keine videos mehr verpassen wollt dann drückt gerne auf abonnieren direkt daneben auf das klöckchen aktivieren und dann kriegt ihr immer eine neue benachrichtigung wenn wir ein neues video laden dann zudem könnt ihr gerne mal ein like da lassen dann würde ich sagen viel spaß mit dem video leute die glock wir haben den 12.09.2019 heute mal nicht ganz so viele spiele wie gestern wir beginnen jetzt mal hier mit slime match da habt ihr einen slime und scheinbar müsst ihr mit den fingern dann aus diesem slime diese formen von da unten nach machen könnte unter umständen das hier verstehe ich jetzt allerdings nicht so ganz warum dann sowas da noch mit dabei ist aber könnte dann unter umständen die ein oder andere lustige situation rauskommen also wenn es euch interessiert verlinkt unten in der video beschreibung dann haben wir jetzt hier diese puzzles are also wieder so paranormalfiles enjoy the shopping wieder so ein puzzle spiel hier lots of hidden object scenes will keep you on your toes sieht auf jeden fall auch wieder interessant aus das ganze animated medicals we got those prepared to get spooked face a strong new opponent and withstand his illusions also auf jeden fall für die puzzle fans von euch wieder mal ein spiel mit dabei auch und wieder verliebt so dann haben wir hier baseball versus zombies 2 oder returns machen wir da rein ja 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 heißt mit der ballmaschine ja ihr kennt ja alle mit sicherheit plans für so zum mäßchen kann man wohl jemand auf die idee welche will auch so was haben und ich mache das jetzt mal mit baseball also baseball versus zombies wie dawns kommen wir ganz kurz wie das ganze hier aus Sieht, enjoy breathtaking, defense game, lots of crazy zombie bosses to kill, need backup, use awesome power-ups, upgrade team, fight harder, enjoy breathtaking, okay. Also auch hier wiederum ein eventuell ganz witziges Spiel, kann ich nicht beurteilen. Dann haben wir hier was, Blocky Ride, gucken wir mal da rein, das mache ich jetzt mal groß. Das ist so eine Art Taxi-Spiel, also man müsste Leute abholen oder wieder ans Ziel bringen und ja, sieht eigentlich ganz witzig aus. Blocky Ride. So, auch hier wiederum, wenn es euch interessiert, verlinkt unten in der Beschreibung. Klicken wir mal ganz kurz auch hier durch die Bilder durch. Sieht auch ganz interessant aus. Und dann haben wir jetzt hier, heute, mein absoluter Favorite, den werde ich auf jeden Fall anzocken. Second Galaxy, das sieht mega spannend aus, das Teil, da gucken wir mal ganz kurz rein. Das ist ein Science-Fiction-Spiel. Hammergeil. Und für die Star Wars und Star Trek Fans unter uns, das hier könnte echt spannend sein. Second Galaxy. So, ja Leute, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare. Wir gucken mal ganz kurz hier durch die Screenshots durch. Also, das sieht, das ist krass. The Future of Human Civilization. Also, es sind tausend Spieler, die wohl um Ressourcen kämpfen. Collect and Customize, Diverse Spacecraft, Vast and Realistic Universe. Das sieht geil aus. Sieht echt geil aus. Ja Leute, also, wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal. Und schau jetzt nichts mehr daheim, wenn ich euch wieder neue Android-Spiele vorstelle. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.